Bist du mit dem Begriff Evolution vertraut? Zu ihrer Zeit waren Menschen zu vielen großen Dingen fähig. Sie konnten fliegen, wie Adler und über Ozeane hinweg sprechen. Aber jetzt ist unsere Zeit gekommen. Und dies ist mein Königreich. Wir werden lernen. Affen werden lernen. Ich werde lernen. Und ich werde erobern. Los! Der Legende nach haben Affen und Menschen Seite an Seite gelebt. So unvorstellbar das auch ist. Wieso jagt man sie? Sie ist klüger als die meisten. Die Ältesten haben uns über diese Welt nicht alles erzählt. Verneig dich vor deinem König. Affen jagen Menschen. Das ist falsch. Zusammen werdet ihr sterben. Nein, zusammen stark.